Im zweiten Teil spreche ich, Haldo, jetzt mal über ein paar Gedanken über das Thema US-Wahlausgang. Was gibt es zu beachten? Wo stehen wir heute? Was kann in Zukunft auf uns zukommen? Einfach mal ein paar Fakten in diese Richtung mit beleuchten, weil wir hier an dieser Stelle jetzt kurz noch ein zweites Video machen. Nochmal der Risikohinweis, ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zurück zu genau dem Thema, Thema Wahl, Thema US-Wahlausgang. Was sind hier entsprechend wichtige Fakten? Und das sind einfach mal ein paar Punkte, auf die ich hier entsprechend eingehe, beziehungsweise mir Gedanken gemacht habe. Und zwar ist das das erste Thema Trump versus Biden pro und kontra an dieser Stelle. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist hier die Tatsache Covid-19. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch generell in der US-Wirtschaft. Stimmungsmacher und Fiskalstimulus-Indikator. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die gesamten Stimulus-Programme richten sich ganz genau darauf aus, was aus dem Covid-19-Entwicklungen wird und werden kann. Handelsstreit und internationale, sage ich schon, und inländische Unternehmenssteuer ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der direkt die Unternehmen in den USA auch betrifft. Und dann nochmal ein kleiner Punkt zum Thema schwacher versus starker US-Dollar. Also da will ich mal jetzt kurz einen Abriss bringen in den nächsten Minuten, was mir hier an dieser Stelle sozusagen ja auf dem Herzen liegt. Fangen wir mal an, einfach mit dem Thema Trump versus Biden. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass wir das auch haben. Moment, ich glaube, ich habe mir jetzt hier die falschen Folien reingetan. Jawohl, das habe ich ja wirklich hervorragend gemacht. Ja gut, das tut mir jetzt leid. Hier ist ein Fehler passiert. Ich habe gestern vergessen, auf Speichern zu drücken. Ist wurscht. Ich erzähle einfach, was hier steht. Also, was sind wichtige Fakten? Was betrifft jetzt Donald Trump? Donald Trump folgendermaßen. Zwei Sachen, die ich hier mal rausgenommen habe. Das eine ist das Thema Unternehmenssteuer. Das andere ist das Thema der US-Politik in Richtung China. So, jetzt aber erstmal nochmal, was ist mit dem Thema Wahlkampfsieg von Trump oder Wahlsieg von Trump? Da ist das Thema der Steuern sehr, sehr wichtig. Denn Trump hat 2017 die Unternehmenssteuer reduziert auf ein Maximum von 21 Prozent. Und das ist ein großer Vorteil für die US-Unternehmen. Weil wenn man mal sieht, wie viel Steuern wir hier bei uns in Deutschland zum Beispiel bezahlen, da zahlen die in Amerika schon mal deutlich weniger. Und das ist etwas, das spielt den US-Unternehmen schon in die Hände, weil die dadurch natürlich deutlich wettbewerbsfähiger sind, als das andere Unternehmen sein können. Einfach nur auf Grundlage der steuerlichen Geschichte. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ein weiterer Punkt, den Trump hier auch eingeführt hat, ist das Thema, dass er deutlich weniger regulatorisch am Markt auch unterwegs ist. Und das heißt an dieser Stelle, dass durch die geringeren Regulatorien an den Märkten beziehungsweise in der USA für die Unternehmen deutlich weniger Kosten anfallen. Und diese Kosten, wenn die einfach weniger sind, führen dazu, dass die Unternehmen natürlich höhere Gewinne schreiben. Und das wirkt sich dann am Ende natürlich auch auf den Aktienmarkt auf. Aus die Indizes wirkt sich das Ganze aus. Und wir sehen hier, die größeren Profite führen dann zu höheren Aktienwerten. Und das steigert dann natürlich auch entsprechend die Aktienindizes. Also die gehen dann logischerweise auch mit. Also das geht so in die Richtung. Und das ist auch der Weg, den Trump dann sozusagen, wenn er gewinnt, in seiner zweiten Periode definitiv auch fortführen möchte. Und noch ein weiterer Faktor, der betrifft in diesem Moment Covid-19. Da ist es so, dass es unter Trump deutlich unwahrscheinlicher ist, dass man nochmal einen weiteren landesweiten Covid-19-Lockdown bekommt. Das heißt, wir kennen Trump ja mittlerweile. Er spielt das Virus runter. Er hört nicht auf die Wissenschaftler. Er hat es ja selber auch gemerkt. Das ist für ihn alles halb so wild gewesen. Andere Sachen natürlich ganz andere Sachen. Aber er spielt das Ganze runter. Und er ignoriert halt die Fakten der Wissenschaft. Und das führt dann halt dazu, dass er sagt, Mensch, das Ding, das kriegen wir schon irgendwie durch. Ja, ich habe euch zwar gesagt, wir bekommen nicht mal mehr 200.000 Tote. Wenn wir da einen guten Job machen, bis April ist das vorbei. Jetzt gehen wir schon im Winter wieder damit rein. Also man sieht schon, wie Trump da tickt. Und das ist halt etwas, da gehen auch seine Verfechter drauf ab. Und das ist so der Weg, den Trump dort fortschreiten möchte. Auf der anderen Seite haben wir ganz klar den Biden. Der steht ein bisschen anders da. Was ein großer Vorteil für die US-Bürger und auch die US-Wirtschaft ist. Das sieht man auch in den Umfragen. Man hat einfach sozusagen eine deutlich höhere Zuverlässigkeit bei Biden. Also das heißt, die US-Unternehmen, die haben jetzt teilweise unter Trump auch ganz schön gelitten. Weil Trump holtert die Polter, der macht heute Hü und morgen hot. Das ist an dieser Stelle wesentlich weniger das Risiko, wenn Biden sozusagen ins weiße Haus einzieht. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der weg ist. Und das ist das, was gerade die US-Unternehmen sozusagen, die Wirtschaft, das ist schon ein großer Vorteil. Denn das wäre dann wirklich das Ende dieser impulsiven Entscheidungen entsprechend. Also man hat ja beispielsweise gesehen, was Trump mit Google gemacht hat. Wie schnell der einfach mal gesagt hat, hopp oder top, da hat er eine Entscheidung getroffen. Und das ist einfach so hochimpulsiv. Da nimmt er Sachen wieder zurück. Also das mögen die sozusagen nicht an dieser Stelle. Das ist ein Teil. Der nächste Teil ist, Trump ist ja sehr, sag ich mal, restriktiv gegenüber China. Auch dafür gibt es Pro und Contra Sachen. Er sagt sich ganz einfach auch, okay, Trump, wir sind besser als China und wir müssen China irgendwo Einhalt gebieten und ich will hier ein ordentliches Handelsabkommen haben. Da muss man einfach mal sehen, wer weiß, was da rauskommt. China hat definitiv den deutlich längeren Atem. Trump, wenn er gewinnt, ist noch vier Jahre da. Dann kann sich China neu ausrichten. Und die US-Politiker an sich auch hier in unseren demokratischen Volkswirtschaften, die haben ja meistens in der Regel irgendwo vier Jahrespläne und dann ist gut, wenn wir mal nach China gucken, da sieht es ein bisschen anders aus. Die haben einen 50-Jahres-Plan, die haben viel mehr Zeit. Also das sieht dann schon die großen Unterschiede. Und wenn wir den Biden ins Weiße Haus einziehen lassen oder wenn der einziehen wird ins Haus, dann können wir uns darauf einstellen, dass es eine etwas China-freundlichere Politik geben wird. Das heißt, Biden weiß auch, dass USA und China sich gegenseitig schon ein bisschen brauchen. Weil die USA kann nicht einfach so ohne China. Es gibt verdammt viele US-Unternehmen, die entwickeln sehr gute Produkte in den USA, lassen die aus Kostengründen allerdings in China bauen. Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, wenn China sich hier auf die Hinterbeine stellt, was dann passiert, wenn die die Unternehmen plötzlich, die US-Unternehmen diese Dinge in den USA zu viel, viel, viel teureren Kosten herstellen lassen müssten. Das ist deutlich schlechter für die Wirtschaft. Also dieses Thema ist da und wir werden wahrscheinlich, wenn Biden gewinnt, sozusagen eher ein Handelsabkommen, ein tragbares Handelsabkommen bekommen, als wir das unter Trump bekommen. Und das heißt hier, die Chance für diesen funktionierendes Handelsabkommen, die ist schon deutlich größer an dieser Stelle. Und was unter Biden wahrscheinlich auch kommen wird, sind erhöhte Regierungsausgaben für die Infrastruktur in den USA. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Biden weiß halt, die Infrastruktur in den USA ist an vielen, vielen Stellen sehr, sehr schlecht. Da muss Geld fließen. Das stützt dann natürlich auch die Wirtschaft. Das ist gut für die Unternehmen. Und ein weiterer Punkt, der Biden von Trump deutlich unterscheidet. Trump sagt ja, Geis, wir haben doch keinen Klimawandel. Lass mich damit in Ruhe. Das ist alles Käse. Das ist alles Quatsch. Wir sehen es hier ganz, ganz klar. Wir haben in Biden jemanden, der das schon erkennt, dass wir ein bisschen auf unseren Planeten achten müssen. Und das wird auch dann in das Thema grüne Energie gehen. Also nachhaltige Energien werden hier gefördert worden. Und diese Programme werden sozusagen die Wirtschaft in den USA unterstützen und in diesem Maße natürlich auch den Arbeitsmarkt entsprechend ankurbeln. Ja, das passt. Ein Ding, was Biden ein bisschen negativ angelastet werden kann, ist das Thema, dass man höhere Unternehmenssteuern hat. Das heißt, an dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass Biden die Unternehmenssteuern wieder anhebt. So, aber ein ganz wichtiger Faktor ist der, während dieser Covid-19-Phase macht es überhaupt keinen Sinn, die Unternehmenssteuer anzuheben. Ja, weil wenn viele Unternehmen einfach, jetzt rede ich nicht von den großen Bigplayern am Markt, sondern von den ganz, ganz großen Mittelständigen oder ganz, ganz großen Band von mittelständischen Unternehmen oder auch die Kleinstunternehmer, denen es momentan in Teilen wirklich extrem schlecht geht, ja, wenn die keinen Umsatz mehr machen, weil die einfach nicht offen haben dürfen, wegen Lockdown-Beschränkungen und, 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 da muss man sich schon die Frage stellen, was würde denn da eine Erhöhung der Steuer bringen? Die würde überhaupt nichts bringen. Ja, im Gegenteil, die würde den Unternehmen noch extrem viel schaden. Und aus diesem Grund ist nicht davon auszugehen, dass es, solange wir keinen Impfstoff haben, der gegen Covid-19 wirkt und die US-Bevölkerung insoweit durchgeimpft ist, dass es die Wirtschaft nicht mehr tangiert, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und aus diesem Grund hat er das zwar auf der Wahlagenda stehen, nur es ist die Frage, ob überhaupt und wenn ja, wann er diesen Punkt auch angehen wird. Also das muss man an dieser Stelle einfach mal im Hinterkopf behalten. So, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Punkt und zwar Covid-19 Stimmungsmacher und Fiskalstimulusindiquator. So habe ich es einfach mal reingeschrieben. Fakt ist eins, das merken wir auch und das ist jetzt das Thema der Stimmungsmacher. Jetzt haben wir plötzlich Deutsch hier drin. Oh Gott, sorry dafür. Covid-19 wirkt sich natürlich ganz klar auf die Wirtschaft aus. Das heißt, wir haben Lockdowns bekommen. Wir haben hier Mandatories, also Anweisungen von oben bekommen, was zu tun ist. Wir haben Limitierungen, Geschäfte wurden geschlossen, Bars dürfen nur so und so öffnen. Also es gab eine ganze Menge, das haben wir ja hier auch bei uns in Deutschland gesehen, was da aufgelaufen ist. Und das hat natürlich auch in den USA die Wirtschaft schrumpfen lassen. Was kam dann im Endeffekt bei raus? Wir hatten eine deutlich gestiegene Arbeitslosigkeit. Wir haben fallende Ausgaben, wir haben fallende Unternehmensgewinne und das ist einfach etwas, das wirkt sich auf die Gesamtwirtschaft aus. Wir haben Liquiditätsprobleme in Teilen gehabt. Deswegen gab es auch diese Triple-Pre-Programs von der FED bzw. von der US-Regierung und wir haben einfach einen sehr, sehr niedrigen Inflationsdruck. Darauf baut das ganze System der Stützen auch mit auf. Und wenn wir uns das jetzt mal so sehen und uns mal die Wirtschaftsszenarien angucken, die Worst-Case-Szenarien, die Auswirkungen, dass wir aktuell auch ganz genau sehen, dass die privaten und die Unternehmensausgaben bzw. die privaten Bürger und auch die Unternehmen, die sind, sag ich mal, also wie soll man es sagen, die schauen momentan nicht allzu freudig in die Zukunft mit Blick auf die Entwicklung von Covid-19. Und das ist sehr ungünstig für die zukünftige Entwicklung. Das heißt, das ist genau das, worauf die US-Regierung und auch die FED gerade schaut. Und das ist das Thema Stimmungsmacher und Fiskalstimulator. Wenn wir hier wieder negative Stimmung im Land bekommen durch Covid-19, dann wird die Regierung und auch die FED alles tun, um das den ganzen Einhalt zu gebieten. Und das wird etwas sein, das werden wir nach der Wahl auch sehen. Trump hat sich ja, beziehungsweise spielen wir das mal weg, die US-Regierung und alle, die damit zu tun haben, haben es ja nicht geschafft, nicht gewollt, wie auch immer, vor der Wahl noch ein Stimuluspaket auf die Bank zu bringen. Da gab es wichtigere Sachen für Trump zum Beispiel, dass Barrett installiert wird, weil damit haben die im obersten Gerichtsbereich sechs von neun Sitzen unter den Repräsentanten. Und ja, das stärkt natürlich, falls Trump vor das Gericht zieht, irgendwo seine Chancen damit durchzukommen. Zumindest erhofft er sich das so. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Aber es ist auf alle Fälle durch. Wir werden aber nach der Wahl ganz klar wieder auf Covid-19 zu sprechen kommen. Und da gibt es dann die Stimmunusprogramme. Und egal, wer die Wahl gewinnt, es wird Stimmunusprogramme geben. Die FED hat ja schon gesagt, dass die Bazooka sozusagen da ist. Die ist geladen, es gibt genug Munition. Man kann viel machen. Da können wir schon drauf satzen, dass das rein wird. Und was auch noch ein Fall ist, Tina is back, there is no alternative. Die wissen genau, die brauchen entsprechend die Stimulusprogramme. Die brauchen möglicherweise eine Ausweitung des Triple-Pre-Programms. Die brauchen weiter die Anleihekaufprogramme. Und die müssen die Arbeitslosen entsprechend unterstützen. Und das wird auch nach der Wahl wieder kommen, egal wie das Ergebnis ausgeht. Und das wird sich dann wieder auswirken auf A, den US-Dollar und B, natürlich auch auf die Aktienmärkte. Weil wir wissen es ja aus der Vergangenheit auch immer, ein Teil des Geldes, was hier geflossen ist, fließt auch in den Aktienmarkt rein. Und weil wir halt irgendwo anders keine Alternativen haben, um Renditen zu machen, haben wir dann auch möglicherweise wieder das Szenario, dass das billige Geld die Aktienmärkte treibt. Momentan wegen der hohen Unsicherheit sieht das Ganze ja ganz anders aus. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, hier mit Blick auf das, was wir sehen, die US-Fed. Hier gibt es eine Grafik, die bespricht mal oder die beleuchtet mal entsprechend, die wahrscheinlich oder eine mögliche Entwicklung, das ist eine Projektion der Assets der Federal Reserve. Und wir haben hier im Juli 6,96 Trillionen in der Bilanz stehen gehabt. Und das wird wahrscheinlich ausgeweitet bis 2028 auf 19 Trillionen. Da sieht man mal, was für ein Plan da ist, was alles gemacht werden kann. Und da kann unheimlich viel mit reinfließen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch anschauen unter dem Thema, die Verzinsung kann ja auch, oder diese hohe Schuldenlast kann ja auch zu einer starken Einschränkung oder zu einem starken Stresslevel im US-Finanzsystem führen. Und da sehen wir momentan, da ist ein guter Indikator dafür, der sogenannte Fred Index, das ist der Kansas City Financial Stress Index. Da sehen wir momentan, wir haben keinen Stress im Finanzsystem. Wir schwirren hier um die Nulllinie rum. Das heißt, hier gibt es deutlich Raum für eine weitere Geldexpansion der FED. Das ist das Thema. Und dann kommen wir jetzt mal noch kurz zum Thema Handelsstreit und inländische Unternehmenssteuer. Und da haben wir, ich habe es vorhin schon angekürzt, deswegen können wir hier relativ flott drüber gehen, Trump steht die harte Linie gegen China. Eat or Die, also friss oder stirb. Das wird Auswirkungen haben und er wird dabei bleiben, dass die Unternehmenssteuer niedrig ist. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das wird nur dann zum Tragen kommen, wenn sich die US-Wirtschaft wieder entsprechend bewirkt. Demgegenüber, wie schon gesagt, Biden, er ist China-freundlicher und das Thema mit den Erhöhungen der Steuern für die Unternehmen, das wird erst dann eine Rolle spielen, wahrscheinlich, wenn die Corona-Krise vorüber ist. Denn beide wollen eine starke US-Wirtschaft und das ist entsprechend der Punkt. Gut, schauen wir noch mal ganz kurz auf das Thema schwacher US-Dollar versus starker US-Dollar. Wir sehen es hier, wenn der US-Dollar schwach ist, hat das natürlich Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Das macht die US-Produkte sozusagen billiger. Das wiederum unterstützt das Wirtschaftssystem und der Index, die Indizes steigen. Das ist ein wichtiger Fakt. Wenn wir uns das Ganze bei den Rohstoffen mal anschauen, das ist auch relativ flott erklärt, Rohstoffe werden in US-Dollar bezahlt und wenn der US-Dollar schwächer wird, müssen wir mehr Geld auf den Tisch legen. Das bedeutet, bei sonst stabilen Rahmenbedingungen, dass wir steigende Rohstoffpreise bekommen. Das heißt, was erwarte ich jetzt hier nach der Wahl? Kurzfristig hohe Volatilität, mittelfristig Steigerungen entsprechend der Werte. Das zu diesem Thema und damit bin ich heute ja auch fertig. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis Montag. Allen ein schönes Wochenende und Montag um 8.30 Uhr gibt es die nächste Besprechung. Bis dahin. Tschüss.